da ist jetzt ja ich weiß dass die zwei da muss ich hin jetzt rein wow das ist hier das ist eine 5 das sind auch immer gegner die man nicht mitkriegt ne also das ist schon frech wollte doch die andere waffe mitnehmen alles weg ich weine das war ein astreiner kopfschuss warum ist der nicht gestorben da ist er wo kommt er denn jetzt her da steht das nicht und auf einmal hinter mir für die fünf soll ich jetzt ach ja ja das hätte ich jetzt tatsächlich fast übersehen okay dann muss ich wohl hier nach oben ich bin ich nicht um leute bringt mich nicht um wo ist hier runter hopp ich laufe einfach ich laufe einfach das sind so viele ich weiß gar nicht wo die alle herkommen hier ist nichts kommt mir bekannt vor nate es ist drake er hat ihn nicht gefunden er ist hier gestorben so viel zu großem sein leben vertan für gar nicht nate können wir weitergehen ja lebend gerne es muss doch hier rausgehen das herz des schatzlagers hier liegen ganz viele waffen rum okay okay oh das loch es muss doch hier rausgehen zwölf schuss neun schuss okay habe ich jetzt zwölf schuss es sieht so aus als wäre dort oben ein mechanismus hey da ist eine leiter wenn du mich hochhebst komm ich vielleicht dran okay hier gut klettere weiter du bist schwerer als du aussiehst kommst du dran siehst aus wie ein alter flaschenzug da ist ein seil ich versuche es zu dir runter zu lassen ich sehe einen tunnel so kommen wir raus hallo jungs ruhig er die ruhig was zum teufel ist da draußen los hast du sie nicht gesehen das war verdammt was ist das wir sind tot wir sind alle tot nein 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 Eddie kommt wieder her oh Mist Rick falls wir hier nicht rauskommen nur dass du es weißt ich hasse dich nicht jetzt Eddie bring wir es hinter uns ich habe jetzt natürlich den falschen controller einen moment alles klar jetzt habe ich den richtigen controller weil man muss wenn man von der Klinik angegriffen wird den controller schütteln dazu braucht man einen Playstation 3 controller mit 6 axes und bewegt sich nicht bewegt sich nicht nein ich klemmt Eieieieiei Geh mal Geh mal bitte wieder in dein Loch Oh shit Okay Wir haben noch eine Waffe Ah, mit Munition Das warst du Könnte Bewegung bleiben Scheiße Ich muss den Controller dann durchweg schütteln Oh mein Gott Wie lange muss ich das aushalten? Das ist ja Oh mein Gott Das hat schon echt beschissen angefangen jetzt Ich bin gerade in das Loch reingefallen Und in der Ecke festgepackt Ups Och, und dann hat mich das Vieh von hinten kaputt gemacht Ist das mies Ich hab ich Ich hab ich Und schön in Bewegung bleiben wieder Ja Ich glaub das ist so die Strategie Die man hier fahren muss Wo ist er? Wo ist er? Okay, dich haben wir auch Alles klar Oh, der lebt noch Oder auch nicht Kann ich nachladen? War das eine Munition? Ja Au Irgendwo einer ohne Fahrschein Ui Zwei 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 Weil die mir lieber ist Kollege, atme mal ganz locker durch den Stüppi Danke Wie sagt ihr hässlichen Kuni Ihr habt ja nicht anders gewollt Eddie Eddie, halt euch Das kann doch nicht wahr sein Helene Mal schnell Es ist geschafft Es bewegt sich Ja Nimm das Seil Komm schon nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Ich schwing dich rüber Festhalten Oh nein Okay, man kann da anscheinend wirklich nur weglaufen Lauf Oh mein Gott Oh nein Nein Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert, oder? Ich glaube, die Playstation hat sich gerade aufgehangen Ja, die Playstation hat sich aufgehangen Ach maaaann Oh maaaann Hallo? Hallo? So, habe ich mal schnell die Playstation neu gestartet und dann gucken wir mal, wo er uns wieder ins Spiel wirft. Ich darf laufen? Oh, okay. Wir sind wieder voll im Game. Nate. Was? Wo sind wir? Ich weiß nicht. Los! Wow. Das erklärt das U-Boot im Amazonas. Nate, hierher. Schau doch mal. Die haben ihn gefunden. Sie haben das Lager aufgebrochen und leer geräumt. Ja, aber was hat das Kloster damit zu tun? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Wenn die Statue jetzt dort sein soll, dann müssen wir genau darüber gewesen sein. Ich schätze, damit kommen wir hoch. Die haben wohl die Stromrechnung nicht bezahlt. Ach, Mist. Ich wette, wenn wir es bis zum Generatorraum schaffen, könnten wir den Strom wieder einschalten. Aber zuerst müssen wir hier rausfinden. Warte, was machst du da? Was machst du da? Hier rausfinden? Nicht schlecht. Ja. Okay, gehen wir. Nein. Du gehst alleine, Cowboy. Was meinst du? Nate, den Sprung schaffe ich einfach nicht. Ich lass dich auf keinen Fall hier allein mit den Viechern. Wir haben keine Wahl. Schalte den Strom ein und komm mich dann holen. Und dann verschwinden wir endlich, okay? Mach schon. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich kannbar, wo alles will. Nein. 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 Ja. Nein. Nein.